Und jetzt können wir gleich mal eine Runde mit Damon Hill mitfahren. Sechster Gang hier, zurück in den zweiten, hochbeschleunigen, dritter, vierter, fünfter, sechster und zurück, dritter, für die Linkskurve. Und wieder hinunter, vierter, er bremst noch relativ früh, normalerweise würde er noch einen Gang höher schalten. Zweiter, erster und voller Einschlag, zweiter Gang. Und der Tunnel. Tunnel, noch nicht ganz. Er ist im fünften an den Begrenzer gekommen, hat zu spät dann in den sechsten geschaltet. Also man sieht, der Fahrer ist noch nicht ganz eingefahren. Vierter Gang hier, bleibt im vierten, Eingang zurück, dritter. Und bremsen, zurück in den zweiten. Drei, vier und gleich wieder zurück in den zweiten. Und erster, er bleibt im zweiten. Und Sie hören, er kann Riema richtig Gas geben. Und wir sind wieder zurück bei Start und Ziel.